Typ, hör mal auf hier mit dem Scheiß, Alter. Nein, bleib stehen, bleib stehen. Bleib stehen, bleib stehen. Steig aus, du Penner, Alter. Steig aus. Ey, nicht auf uns. Ey, wir haben damit nichts zu tun, Alter. Hol den raus, den Wichser da hinten. Der ist im Auto hinten. Nein, der ist weg, Alter. Hat der wirklich jetzt...